Ich seh nicht, wo sind sie denn? Also, ich glaub ja schon. Nee, 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 nee. Ich seh davon gar nix. NOTHING! Also, wenn du mich fragst. Sind das... Ja, doch, könnte klappen. Wenn er jetzt nicht abkratzt. Oh my fucking god! So einerseits hoffe ich, der so nicht abkratzt. Wenn man dich das scheiß Schloss legt. Scheiße! 5 Euro geschwind verdient, du leck mich am Arsch. Direktbezahlung, Cash. Danke. Achja. Warte, 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 warte. Du musst ja, du musst ja... Achja. Das sind die 5 Euro. Das sind wirklich 5 Euro. 5 Euro, was du das Level nicht schaffst, das nächste. Okay. NEIN! Achja, das ist wirklich das scheiß Schloss. Ja, das kann ich doch. Oh, super. Oh, it's terrible. The King has been transformed. Please find the magic monster, we can change him back. Dort. Ja, ich mach doch Klonoa, da reden sie nur englisch. Ach scheiße, jetzt hab ich's verraten. Ja, Klonoa ist doch wahrscheinlich eh vorher hoch. Nein, ich will Klonoa erst hochladen, wenn ich's komplett fertig hab. So. Ja, bis die Folge kommt, ist Klonoa bestimmt fertig. Das ist ja dann die 4. Folge, die da, wo wir grad sind. Wenn du das nur alle 3 Tage so mal ne Folge hochladest von Mario, dann ist Klonoa vorher vielleicht schon... Alle 3 Tage? Hallo? Ich muss das rauszögern. Ich kann das ja alle 3 Tage hochladen. Was? Eine Folge pro Woche. Nee, zwei pro Woche. Ja, super. Dann mach ich lieber eine Folge pro Woche, dann hätten die Leute was, wo sie sich drauf freuen müssen. Weil, so, hätten sie jetzt zwei Wochen dann jeden, zwei Wochen lang zwei Folgen in der Woche. Und dann wieder 5 Monate gar nix. Genauso viel Material. Der macht ja nix, aber ich kann's bisschen rauszögern. So, ich kann die Flamme bestimmt kaputt machen mit den Hammern oder? So. Das Geräusch war cool gerade, hast du's gehört? Spack. Soll ich nochmal? Spack. Und man, hast du gehört denn in der Aufnahme? Ich... Sieh, wie ich abgehe. Ah, ja! Übel, Alter! Voll verkackt! Ah, schon wieder! Au! Was war denn das gerade?! Mann, du! Boah, ist echt mega Ausschlag, ne? Äh, du an deine Hoden auch. Aber komischerweise hab ich noch 4 Däden. So, da geht's gar nicht durch. Das war gewonnen! Und wenn wir jetzt gegen oben gegangen sind. Das wär ja desolat. Boah, Alter. Okay. Leute, das krieg ich hin. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Irgendwie ist der Flow raus. Na, vom ersten Mal, ne? Kann das sein? Warum hüpf' ich denn jetzt schon? Ach Gott, ich bin besoffen. Ne. Joa. Alter. Nein, nein. Das hat nichts mit Kotzen zu tun. Du rauchst, so wie du trinkst. Ja, schon. Ja. Nehm doch einfach eine Powerfeder und durchfliegt das komplette Level. Nö. Das war einfach nur. Ich weiß nicht, was das war. Da war eine unsichtbare Barriere. Anders kann ich mir das nicht erklären. Du meinst die Stelle, wo du immer komplett falsch gesprungen bist und deswegen falsch bist? Ja. Ja. Oh mein Auge, Jun. I like. Das war mein Controller. Das war... Ist mein Controller. Das ist dein Controller. Das ist Papa sein Controller, das ist mein Controller. Du hast gar kein Controller. Ich hab gar keinen Controller. Das war sein Controller. Also das da. Ja, das war wieder mein Controller. Ne, Quatsch. Sein Controller. Ich hab ja gar keinen. Wie hört sich dein Controller nochmal an? Das war wieder sein Controller. Weil ich hab ja keinen. Alter. Hopp, hopp, hopp. Ach Gott, ob ich das schaff. Und wenn ich's bis zum Endgegner schaff, kratz ich eh. Nein! Ach, Gott sei Dank. Äh, hallo? Ich hab grad' Zeit, ne. Oh, ich bin... Oh, Alter. Ey, ohne Witz. Ich hab's geschafft gehabt. Mein Gott. Ach, ich hab's gewusst, Mann! Wie ist das, ey? Okay. Fünf Euro, dass ich's jetzt schaff. Okay. Scheiß, Glücksspiel sucht die. Ja, ohne Scheiß. Ja, das ist eigentlich... Du Wichser, das ist ja kein Glücksspiel. Ja. Voller Diss. Ja, natürlich. Das ist wie beim Automaten. Rechtzeitig die Taste drücken, damit's hoch geht. Dann muss halt rechtzeitig die Taste drücken, dass er springt. Glücksspiel. Ist okay. Hm. Mein Auge, du guckst mich so. Es schwitzt deine Hände. Ich muss dich konzentrieren, das geht auf fünf Euro. Ist doch Flora nervös? Ja, das geht um mein Geld. Ah, ich glaub nicht, dass du das schaffst. Fuck you! No! I won't beat this anymore now! Oh, my fucking! Oh, nein! Ja! 5 Euro! Ja, mit der Kohle! Oh, scheiße, Mann, ey! Nächstes Mal machen wir um 10 Euro. Alles und noch verdoppelt. Ja, David. Ja, geschehen. Also 10 Euro verdoppelt, ey. Ich muss sagen, ich hab letzte Woche... Ne, vorletzte Woche. Da hatte ich noch 10 Euro im Geldbeutel. Und innerhalb von drei Tagen hab ich dann... Nach... Nach... Nach fünf Tagen... Also, ich hatte noch 10 Euro. Und dann fünf Tage später hatte ich... 230 Euro im Geldbeutel. Hey, aber wissen das... Wo ich Geld ausgegeben hab. Ey, Powerfield hab ich gekriegt. Hi! Twenty! Das... Und? Zieh! Ach so, ja. Ey, das hört dann keiner. Du bist dran. Ja, mein Bruder ist ein scheiß Glücksspiel-Suchti. Nicht. Ein bisschen scheiß Rauchen-Suchti. Ja. Dann mach ich lieber Glücksspiele. Ich hab bis jetzt immer nur gewonnen. Hunderte von Euro. Deswegen nennt man's Glücksspiel. Ja. Bis irgendwann mal der Absturz kommt. Und dann bist du ganz tiefer... Dann hör mich auf. Genau wie mit dem Rauchen. Oh mein... Dann kannst du nicht mal aufhören. Doch. Nein. So. Ah, Gott. Ich hab nen Zettel. Da schreib ich immer... Gewinnt und Verlust. Und sobald ich mal irgendwie ins Minus gehe, dann hab ich einfach auch. Machst du jetzt schon? Ja. So fängt die Sucht aber an. Da oben gibt's nen Pilz. Ja, da komm ich nicht. Doch, klar, komm schon. Ohne Scheiß. Du musst bloß richtig spinnen. Oh, fuck you. Welche bin ich grad rein? In... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, der Aufschlag wird immer schlimmer, ey. Siehst du? Du musst in die zweite. Ah! 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 Meine Playstation! Du Dreck-Sau! Du Arschloch! Wer? Mach schnell weg! Der Sauber! Ah! Meine Playstation! Voll... Voll mit... Mit Jacky Cola gemacht! Alter! Ey! Mein... Slot ist voll mit dem Scheiß, man! Ne, jetzt ohne Scheiß! Ey, irgendwie kann ich auch nicht ändern jetzt! Ja! Machst du auch so ne Scheiße! Oh! Dauert mal ganz kurz! 10 Euro, dass hier noch funktioniert! Also wenn es nämlich kein... Kein... Ähm... Fahrenheit... Let's Play mehr gibt's! Mein Bruder ist dran schuld! Es ist... Ne, das ist doch deine Dose! Ich hab' viel mehr getrunken schon! Scheiße! Mein Gott, da sind zwei Tropfen drauf! Alter! Ein Scheiß und da zwei Tropfen drauf! Hier ist alles voll, Mann! Ja! Genau! Gehen wir mal weiter! Aber halt mit meinem... Ach... Scheiße, du bist dran! Junge! Ja! Hallo! Ich... Das ist die einzigste PS2, die ich noch hab! Meine anderen drei sind auch schon kaputt! Kauf dir eine neue, wenn die kaputt ist! Alter! Nur weil du... Ach Gott! Nein, Checky! Wirbeli, wirbeli, wirbeli! Ja, der hält wenigstens nicht mal den PS2 getroffen! Mach jetzt! Fünf Euro, dass du das Level nicht schaffst! Nein! Verpiss dich jetzt, Mann! Scheiß fünf Euro, Kacke! Zehn Euro! Ich hab' schon zehn Euro verloren, ey! Nein! Alles und nichts! Nein! 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 Du kriegst dein Geld wieder zurück, wenn du es nicht schaffst! Dann hab' ich nur mal zehn Euro verloren! Super! Ja, du hast zu viel Geld! Ja, halt die Klappe! Du wirst ja zehn Euro zurückkriegen! Ja, oder... Alter, Mann! Warum hast du dich eingeschlagen? Zwei Euro, das ich schaff' Weil ich dann verloren hätte! Nein! Kein Geld mehr! Okay! Zwei Euro! Ich bin so doof! Weißt du... Weißt du, mein Bruder ist so ne Drecksau, der kassiert das Geld auch noch! Der sagt halt, du bist schon mein Bruder, ich hab dich lieb! Blö! Wette ist Wette, Alter! Euler! Ich mag heute kein Driver mehr spielen! Warum? Weil ich zu voll bin! Ach! Ich hab' Urlaub! Lass uns das morgen machen! Schau' mal... Okay, das ist halt extrem riskant, hier das Ding zu holen, aber... Da ist halt Zeug drin! That's unbelievable! Aber... Fähre ich zwei Euro, wenn ich's nicht schaff' Jawoll! That's what I'm talking about! Wo ist jetzt das Zeug drin? Ich bin doch schon groß! Was? Ja, aber das Zeug will ich ja sehen! Was für Zeug? Ja, weiß ich nicht! Deswegen will ich's ja sehen! Du hast mir Zeug versprochen und jetzt hab' ich kein Zeug gesehen, Mann! Ich hab' keinen Ton! Und ich würd' mir sogar einen Aschenbecher tonen! Haha! Wollte ich nur mal gesagt haben! Ist okay! Komm schon mal die 2 Euro raus, Junge! Ey, ich will... Du kriegst kein Geld mehr von mir heute! Haha! Ah! Ich will den Stern haben! Ach, warum haben wir dich mit 5 gewettet? Danke! Ja! Fick dich! Jetzt spiel' ich erst recht keinen Driver mehr! Haha! Kannst... Kannst du alleine machen? Du kriegst dein Geld zurück mit dem Driver spielen! Ne! Da hab' ich schon keinen Bock mehr! Fünf Euro dazu! Scheiß... Kein einziges Party, ey! Kein einziges Party, ey! Scheiß... Kein einziges Party, ey! Ich mag das zweite Level! Du machst im Monat 100 Euro Minus! Ich mach vielleicht auch Minus, aber vielleicht auch Plus! Hab die Chance! Ich mach überhaupt kein Minus! Nein, du rauchst ja! Ist auch nicht so! Du machst auch Minus! Geld! Zahlst du Geld dafür, dass deine Gesundheit am Arsch geht! Ja! Meine Gesundheit geht mir am Arsch! Ich bin Batman, bin Superman! Fünf Euro... Fünf Euro... Fünf Euro...